moini wirds neue Folge von Let's Play League of Legends. Heute bin ich mit Y oder auch wie genannt im Jungle unterwegs. Ist es gerade ein kleines Ranked, ist einer von der Placement Games, keine Ahnung welches es ist. Zumindest ist es gerade ein Ranked. Wie gesagt, Spiel wie im Jungle auf jeden Fall gerade ein sehr, sehr, finde ich fast schon ein bisschen zu overpowereder Champions, weil die Ulti-Engaged und dann haben wir leider gerade nicht im Team Jouzo, aber mit Jouzo dann, das ist einfach so der OP-Kombo gestecht. Weil Uli obendrauf klatschen kann, also von daher ist das wirklich sehr, sehr stark der Champion, kranker Engaged, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, der Champion. Gegen was ich spiele, ich spiele gegen Javan und Jungle okay. Ich würde sagen, das ist ganz gut, es ist also gut, es ist okay. Javan kann ganz gut nervig werden. Ich sehe auf jeden Fall, wir spielen auch gerade wieder mit einem Full-AD Team, das gefällt mir nicht so gut, das mag ich nicht so gerne eigentlich. Ich werde auch mit V jetzt hier mal Q durchscillen, um noch mehr Damage mit der Q zu machen und noch die Abdehnzeit weiter runterzusetzen. Ich werde das mal ausprobieren, das machen echt viele Leute, deswegen probiere ich es heute auch mal aus. Und ich will auf V, eigentlich brauche ich immer meinen Jungle da fast Full-Tank, ich will hier mal ein bisschen mit ihr auf Damage gehen, also außer ich kacke komplett ab dann natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt den einen oder anderen Q gleich machen kann, dann will ich auf jeden Fall mir gleich mal Dings holen. Wie heißt das? Das aggressive Jungle-Item, also das AD-Item. Ich mache jetzt auch hier die Wölfe, weil ich eher glaube ich denke, ein bisschen besser an Single-Target Damage habe, als auch den Flächendamage. So ein kleiner Tipp von mir sozusagen, also mache ich das immer als Beispiel, wenn ihr jemanden habt, der viel Flächendamage macht, zum Beispiel Nautilust, dann würde ich die machen. Aber wenn ihr zum Beispiel Zinn habt, Philistix, wo viel Einzelschaden ist, also mit Out-Attacks und wenig mit Flächenschaden, dann würde ich auf jeden Fall die Wölfe machen. Ja, kleiner Tipp, ähm, am Rande. Schau, dann werde ich mal, ähm, Red Buff machen und dann mal gucken, wo ich hier ganken kann. Den Shen, mein Ward setze ich immer mal da rein, weil man braucht es im Early-Game immer echt nicht so und da oben kann man echt richtig gut da noch einen Counter-Jungle fände, aber dass er sich da hinstellt und smited oder so. Auch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr unbedingt folgt, kann ich auch mal so einen kleinen Jungle-Guide machen, also so wie ich immer Jungle so. Das ist der eine oder andere Tipp, den ich ja gerade noch mal gesagt habe, mit dem wie ich cleare, wann ich was töte und so. Also, ich sage, ich bin halt aber auch jetzt hier wie gesagt kein Diamant-Player oder sonst irgendwas. Ich bin halt auch nur, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war letzte Season Platin 3, ich weiß nicht, wie ich dieses Season eingestuft werde. Und da, ja. Da habe ich, haben wir den Dings gesehen, den Javan, das sage ich ihm, dass er fighten soll, weil ich dann komme. Sauber gemacht, Counter-Jungle. Auf jeden Fall, Worth. Geil gemacht, da, das ist sozusagen so, dass man am Anfang echt geil ist, wie ich wusste, dass der Javan da ist. Deswegen habe ich gewartet und habe ihn engagen lassen, dann konnte ich ihn ziemlich viel Dammit zufügen. Ich pushe da noch die Lane rein. Haben gut der Case hier noch gestorben, aber Ayn hat auch noch mal geflasht und wir haben echt gut Kills rausgeholt und das sieht richtig gut für mich aus. Die Runde. 2-0 jetzt hier. Richtig stark. Und der Javan ist halt richtig krass behind. Ich überlege mir gleich, ob ich schnell gleich back gehen sollte. Oh, ich habe gerade noch mal einen frischen Doppel-Buff. Ob ich gleich mal ein bisschen in den Counter-Jungle gehen werde. Um ihn halt noch richtig aus dem Gain zu nehmen, den Javan. Er hat auch erst neuner Farmer, das heißt, er hat echt nicht mehr gemacht, als was er machen muss. Also das da. Er hat wahrscheinlich, ja genau, er hat die Wölfe gemacht und die beiden Buffs halt. Und ich bin jetzt schon Level 5, das ist einfach echt gantisch. Das ist echt richtig gut. Dann werde ich jetzt nochmal Top-Lane jetzt kommen. Na gut, Flash halt draußen. Mal gucken, ob ich ein ganz bisschen cappen kann. Ich port mich mal schon mal weg, damit ich, falls ich hier echt weg will. Ja, ich will weg. Hier geht nichts mehr. Läuft nix. Flash nochmal provozieren können, das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, Schuhe. So, dann nehmen wir mal zwei Long-Sports mit und der sieht jetzt richtig übel aus. Jetzt werde ich richtig dominieren. Hätte mir auch, ähm... Ich hab einmal kurz angefragt, was er von mir will, ob ich ihm kurz die Lane halten soll, oder ob ich ihm ganken soll. Er hat einen Gang angefordert, das will ich auf jeden Fall machen. Stun, zwei aufladen, okay. Auf schnellsten Weg da. Okay, hat sie Stun ready. Ja. Da war geworden, hat man schon gemerkt, wie sie sich zurückgezogen hat. Ich könnte nochmal echt Level 6, also mit Level 6 haben wir die auch in der Mitte dann echt sicher. Er kann sich hier echt ganz gut hochrecken. Hat aber auch die Flastung, glaub ich, in einem oder anderen Pot dabei. Ich denke mir nicht, dass beide Seiten geworden sind. Deswegen versuche ich echt nochmal kurz die andere Seite. Weil die, eben die Amy ist echt hart. Hat er schon evolutioniert. Wer hat er? Okay, ich komm von ganz hinten. Okay. Habe ich ein bisschen lange jetzt gebraucht. Ja, sauber gemacht. Sauber nochmal reingekommen. Man sieht ja, die Weih haut richtig kranken Schaden aus. Also der Champion bockt mich echt richtig. Und der Javan, ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Der hat, glaub ich, richtig Probleme. Ja, ich geh da erstmal in der Mitte halten. Und ich werd mal kurz mir gleich den Blue snaggen. Ich denke mir, dass er schon Blue angefangen hat. Macht man ja nicht so. Oder ich stehe kurz in den Ward. Und geh mal kurz Toplane. Hat unser schon Back gehabt? Ne. Oh ne, warte. Das stehle ich hier lieber nochmal kurz. Ich werd mir hier ein bisschen hoffarmen im Jungle. Gibt grad nicht so wirklich, wo man ganken kann. Doch, Botlane. Ich geh mal Botlane jetzt. Da war ich bis jetzt auch noch gar nicht. Und schönen Y-Gang, die können sie gut gebauen. Okay. 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 Hier kam die Shen-Ulti grad runter. Nehm ihn schnell. Hier, 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 hier. Ich muss runter, ich muss runter. Mach Lane-Gang-Ulti. Okay. Danke. Schön, Kay. Ich komm. Okay. Schade. Wär deeper reingegangen, hätten wir ihn auch auf jeden Fall noch bekommen. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, die Runde. 5-1. Alle Lanes sind ganz gut aus bis jetzt. Klar, der Case ist hart gegen eine Amy. Kann man verstehen. Drake, richtig. Das vergesse ich eigentlich manchmal so ein bisschen auf sowas zu gehen. Aber mein Team macht das hier. Ich helfe manchmal. Hab keins zu meid. Wetter mit meinem, mit dem der Auto ist entlasteten. Ja komm. Wow, das hab ich jetzt komplett unterschätzt. Die hat doch noch nix. Boah. Was haut denn so eine Amy raus? Boah. Ich muss schnell kaufen. Boah, das hab ich ja komplett unterschätzt. Da muss ich jetzt echt bisschen aufpassen, wenn ich mit der Gangen gehe, dass er mich nicht einfach nochmal umhaut. Er hatte keinen Blubuff bekommen, aber auch jetzt hat sie ihn den bekommen. Aber eigentlich braucht's sie. Den auch gar nicht so dringend. fünft, vier, drei, zwei, eins Alter haut sie einfach nur um bevor sie irgendwas machen kann. Okay warte Ich wollte sie sonst auf Minion machen, dass das Teil weiter fliegt. Nice. Sieht gut aus Das hätte ich auch noch auf Minion machen sollen, weil er hat ja nicht mehr viele Leben und das Teil fliegt ja immer weiter. Guck, also dahinter gibt es auch Schaden, das hätte er vielleicht auch auf den Jam gereicht. Von daher war er bei Worf auf jeden Fall Der K sieht man, hört man gleich perfekt. Das ist ein German Guy Swin Swin Dann geht der auch perfekt Ich denke mal, dass ich jetzt auch ein bisschen anfangen kann zu Counter-Jungion Das heißt anfangen kann, dass ich jetzt mal ein bisschen machen kann allgemein Mit dem was ich bis jetzt habe, habe Krankendamage Level 9, das ist nix dran verkehrt Level 9 bin ich jetzt, da ist echt nix dran verkehrt Auf 48 Erfahrung mit der Jabben ist echt behind jetzt Aha Schlag bei mir eben noch kurz den Blue-Buff Flieger Bitte Fernseh Krig Szen trends An Hat ein Guard da, ich denk mal sie sogar nicht in Guard hat weil sie so früh wie sie zurückgegangen ist. Oder? Goin, goin. So was, muss ich noch nicht mal ultieren? Die Amy wird echt zerstört, das gefällt mir. So. 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 So, kurz was klären, dann machen wir ihn hier mal fertig. Ja, alter. So viele Schilder, schöner Tornado auf jeden Fall, das Barrier, das Shen Ulti, auch wenn die Ulti auch noch nie auf Level 11 fallen, schön aber noch mal geholt hier. Ah, halt die auf jeden Fall erstmal ein bisschen tanky, ich muss kurz gucken, was ich dazu zackele. Ja, Sunfire, schon drin. Okay, hier brauchen wir auch noch mal. Ich denke mir nicht, dass er Hilfe braucht, oder? Lol, okay, das war gerade erst ein bisschen mad. Ah, er hätte ihm doch helfen sollen, er hat keinen Nice-Steel, ne? Ah, naja, er geht full of Dings, full of Penetration. War eigentlich wahrscheinlich gar nicht so blöd gegen das Team, was die kaufen. Ja, die gehen alle auf Rüstung. Ist das hier oben geworden oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Oha, eh nie, eh nie, sonst wär ja doch, wär auf jeden Fall noch mehr drin. Nein. Ja, ich... Fuck! Boah, ich hasse den 80-Bird. Hä? Was, was war das, mein Feeler? Werden wir flaxen? Ah, mit Absprache wäre es besser gewesen. Ich wollte ihn eigentlich... Ich hatte eigentlich nicht vor zu dive, wenn wir eigentlich mal... Klar war es, Amy, kommen. Und deswegen wollte ich eigentlich nur ein bisschen nerven gehen. Nehmt der gerade da meinen Rat? Oder sieht das nur so aus? Naja, soll er den haben. Fäng hier! Jetzt haben wir ihn geglaubt, wir haben gerade nebenbei Gott Drake gemacht. Ja. Ich bin um einiges, denke ich jetzt hier, mit meinem Sunfire. Ah ok, das ist jetzt aufs Level bezogen, das ist auch ganz gut. Ich bin um einiges, aber ich bin einiges. Okay. Ich komm davon. Wohin die mich verarschen, die kommt einer nach dem anderen rüber. Ich wollte eigentlich nur noch den snaggen und dann über die Wand hier flashen über die da. Da kommt einer nach dem anderen und versuche ich dann immer noch alles drauf, um mich zu töten. Das ist echt nicht nett. Das ist echt nicht cool von euch. Bros. Also das Game wird doch echt nochmal richtig spannend hier. Ob es dann nicht schlauer ist, da von Lucien einfach Autotext zu machen. Diana rausgeflasht. Ah, Taric Ray ist der alte gute Kommur, ne? Der funktioniert aber auch immer. Der Shen macht das echt ganz sauber. Ich hoffe einfach, dass Renekton dann mal Torplane was reißt, wenn Shen die ganze Zeit Teleport macht. Ich spielte ja auch mit M. Ignite. Jet Jarvan. Ah, der ist auch Back to Game. Ah, fuck, ey. Der steht in 1, 2. Sozi hat sich schon Hourglass. Naja, Hourglass hat sie noch nicht, aber Death Coil und den Armschutz. Da gucke ich ganz schnell, ob da ein Ward drin ist. Ok, save. Ok. Let's do Sneaky Actions. Ok. Let's do Sneaky Actions. Ok. 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 Hier die Staromp İnan . Ok. 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 auf jeden Fall Moor machen weil die beiden immer Botlane sind Bitch that's we oder why guys oh einfach nur Amazing Burst ich liebe es ein Champion um mich grad ich liebe ihn Black Cleaver am Start so jetzt gehe ich auf jeden Fall nächstes Item defensiv und zwar ich denke mir das dagegen oder einfach gegen damit ich so ein Stunnen oder sowas nicht abgegeben und das ist einfach ab und zu meinem Block das andere bringt mir wenig weil ich wenig Lebensraub hab oder überhaupt kein Lebensraub und das bringt mir nichts vielleicht auch mir ein Selfie hab na der Cooldown ist echt 5,6 gut ich hab auch grad Blubuff aber trotzdem find's krass ist echt nice boah ja ich komm ich komm ich komm Geist okay da kommt auf jeden Fall grad ne okay warte gleich ist dein Scheissschild nämlich weg das war bad da war ich allein hinter deren Linien das war bad da war ich allein hinter deren Linien nur muss ich ich brauche ja echt Tankiness 20% Ablegenzeitwirkung hab ich okay Tipps ein vollständig aufgelandener Rampock verursacht doppelt was ach so länger man das zieht umso mehr Schaden macht das auch gut zu wissen okay er ist komplett um ich hab 5er Boots also das heißt ich müsste den später ca. da einräumen ja komm Drake lass einfach Drake machen ok slow ihn runter hol ihn dir hol ihn hier 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 geh über die Wand ich krieg den BÄM wie gesagt mit vollständig aufgelandener Rampock macht noch mehr Schaden oh ist ein kranker Heal hat sie AP? 20 aber eigentlich ist echt zu strong der Champion knallt mich so die ganze Zeit der Burstet wie ich komplett 100 auf 100 deswegen hole ich ihn immer richtig schön ab ähm Magieresens Jana ist eigentlich echt eine schnelle Läuferin aber ich hoffe einfach zu renecken hier gut was macht er ist ganze Zeit auf der Solo Lane ganze Zeit ist er allein und irgendwie kriegt er trotzdem der 56er Farm er kriegt nicht wirklich viel und den Tower hat er auch noch nicht gut Graves hat er auch gerade aber trotzdem mit dem hat er nicht erreicht BG Ich halte mir eben kurz Mitte das ist sehr viel gold und sehr viele monster der war nur sterben wollen sie jetzt den sunfire verändert haben aber im endeffekt macht dann im endgame noch mehr schaden dann halt nur ich bin ganz gut die macht ein bisschen weniger und entgegen macht umso mehr finde ich gut gute entscheidung von wright ich hasse diese stink so diese schen ulti sauber Ich muss erstmal ein bisschen Distanz erreichen Oh, ich kacke ein bisschen ab 11, 7 Steht mir gar ein bisschen zu viel Ne, Barrel ist wahnsinnig Sie holen sich den Midtower Was ziemlich blöd ist Alter, ein Teamfight mal bitte zusammen Dann können wir es locker schaffen Ich weiß, müsst ihr in den Kommentaren Dass ich einfach manchmal echt zu krass Geoberst extendet hab Aber diese Shen-Uti, das kenn ich echt Da muss ich einfach drauf achten Oder einfach wissen, dass ich da nicht so krass Dass er einfach den dann gibt Das ist echt übel die Shen-Uti Ist jetzt schon Zweimal gespielt, gleich nochmal einmal Dann kann man echt wenig gegen machen Vielleicht macht auch guten Schaden da Shen Jedenfall Ich hab nur einmal die Shen-Uti 800 Damage Meine Aufgabe war echt grad Nur zu smiten Boah, es kann... Wo ist da Coco hin? Ich hab noch ein Coco Da macht er mal Damage Boah, gehen die Beine rein Auf dem Sack Hier Das da Tüttelt das Tier bitte Boah Just kill him Es kann nicht sein Der Renekton macht keinen Schaden Ganz einfach Nix macht er Geh weg Weg Einfach nur weg bitte Danke Bitte danke So, mehr Tankiness Das Hourglass von Amy war gerade ihm echt richtig stark Ich hatte sie krank gefokust Aber Ich dachte, das Frozy da hat richtig Never Focus Shen again Leute, die wollte ich euch angreifen Haben noch Ja, unser Krokodil noch Baron und Dejana Ich bleib mich auf jeden Fall ziemlich tanky Jetzt sollten sie mich nicht mehr fokussen Der Ronda wie ein Chicken Graves Ward rüber Es kann nicht sein, dass ich der Einzelne bin, der gerade den ATC-Fokus Danke Boah Granekton einfach vorne tank Vor und tank ist Boah Ich hab als einziger ganzheit den Graves gefokust Einziger Ich hab eigentlich den Shen auch gesnackt Das war ganz gut Boah, da war es eigentlich Da oben war es wichtig Hätte ich da mal ein Ward früher Hätte ich da ein Ward reinsetzen können Jo Geh weg Geh weg Komm Das bringt nichts Einfach nur raus da Ist hier ein Rad da Okay, Rad ist ab Wem von unseren Lucien Er hat zwar noch nicht so viele Items, hat aber ein bisschen gefarmt Wie Gold bringt der inzwischen schon so? 2,16 Nice Das lohnt sich echt langsam Gut, dass sie es verändert haben Was kann man sich holen, wenn man ein bisschen Schaden haben will? Geh mir das nochmal Geh mir das nochmal Ah, die AP ist nicht Äh, die Match resistent Gar nicht so schlecht Gegen AD Und dann ruhig mir das noch Und dann Hab ich Frühbild, ne? Bisschen wenig Rüstung hab ich aber Okay Ich bin auch Tank Ich bin auch so ein Off Tank Bin auch so ein bisschen da Assassin Okay So Pressure Shen ist da Also müssen wir die Lanes pushen Und lass doch mal Bot gehen Renekten Tank Die Scheiße Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, Mitte pusht Und dann lass das einfach hier unten ein Abchen Chen top Also lass Druck machen Woa Woa Okay Ah, AK ist draußen, was gut Zwei vor zwei getradet Okay Bin doch ganz gut umgeflogen, muss ich sagen Oracle Und Oh mein Gott Tschö Hat er Life Rack jetzt Ja, er hat Lebensraub Oder Life Steer auch genannt Oha, nice Die Mitte ist ja ganz gut gepusht Aber hier reißt du ja unten die Botline ein Und die Minions Okay Machen da Mitte Dann ist alles fein Jo Er hilft ja nochmal Perfekt Und dann da einreißen Okay Back, back Jo Schöne Jana Oiti Schöne Shrelis Den wir sollten komplett backupen können Wann ist der nächste Barren Barren Goose Please Oh, ich find's grad nicht Dummheit muss bestraft werden Das ist ganz klar Wenn jemand so blöd ist Muss halt getötet werden Da ist auch grad noch ein Spacken Denn irgendwas kannst Ich find's jauben Schön Drangeflasht Bin ihm nochmal auf den Sack gegangen Jana darf nicht sterben Banda GG Oui War ich so geil Werb mich sehr 126er Farben Das war eigentlich gar nicht so schlecht Auf jeden Fall mehr Farben Dann bleibt zu erjaffen GG GG Schöne Runde Das war wie im Jungle Im kleinen Rank Das war by the way auch noch ein Placement Spiel Stehe ich aber grad nicht ganz so gut Deswegen freu mich grad umso mehr Dass es diese Runde gewonnen hat Und dass es sogar eine gute Runde war Und mein Team war nicht gecarriored Aber ich hab wirklich zum Sieg beigetragen Hab gut den Engage gemacht Besonders mein ganz ganz early game Und da mit dem Counter Gang Das hat mir sehr gut gefallen Das war echt Ein guter Fortschritt Oder Ein guter Schritt für unser Team Und ich kann euch wie echt nur ans Herz lesen Geiler Champion Und ich würd sie echt bannen Also sie nervt richtig Kranke Engage Kranke Damage Habt ihr auch gesehen Einmal da den Kay Wie ich den Graves Wie ich ihn rausgefokust hab Also Haut rein Und bis zum nächsten Mal Und bis dann Macht's gut